Was? Wie? Was sagen Sie? Sie haben Angst vor mir? John Traeva sprach zu ihrem Mann, lieber Adam, feind um endlich an, mir ist schon nichts vom Paradies zum Küsschen, Küsschen, Küsschen. Und da fahre ich mit der Tunika, meiner schönen Helena, da in Mimela, der sitzt vor Ort, drum küss mich, küss mich, küss mich. Nach Romerodem Schönen ging Julchens Liebesszenen und die Käsi, die war längst schon einst mit ihrem Karl-Heinz. Hab keine Angst vor dem ersten Kuss, weil er ja doch einmal kommen muss. Hab keine Angst, ich zeig's dir ja gern, Küsschen ist heut wieder hochmodern. Niemand braucht was, was du ahnenst, nur wir zwei. Fürcht' ich bloß nicht, denn es geschieht dir nicht dabei. Hab lieber Angst vor dem letzten Kuss, Weil der auch mal kommen muss. Geh jetzt noch. Einen Anne. Untertitelung des ZDF, 2020